Yo, yo, yo? Sind Yo-Yo's wieder in? Naja, nicht wirklich. Sind sie ein gutes Konzept für einen 3D-Plattformer? Wenn man die Entwickler von Penny's Big Breakaway fragt, allemal. Yo-Yo Platforming ist auf der Agenda und wir schauen uns heute das erste Spiel des Entwicklers Evening Star Studio an. Naja, so wirklich neu sind die Leute hinter dem Studio auch nicht. Das Studio gibt es seit 2018 und viele aus dem Team waren bereits schon an der Entwicklung von Sonic Mania beteiligt. Nach kreativen Differenzen zwischen den Entwicklern und Sega bezüglich eines Nachfolgers kam es aber nie dazu und das Team hat sich eigenständig gemacht und hat mit Penny's Big Breakaway ihre eigenen Ideen in ein Spiel umgesetzt. Sega hat danach auf schnell schnell mit Arzest gemeinsam Sache gemacht und Sonic Superstars entwickelt. Wie das gelaufen ist, könnt ihr in unserer Review zu dem Spiel nachschauen. Die Entwickler von Penny's Big Breakaway haben also Ahnung, wie man einen überzeugenden, spaßigen High-Speed-Plattformer auf die Beine stellt. Und das merkt man auch direkt, sobald man den Controller in die Hand nimmt. Man steuert Penny, die alleine nicht sonderlich fix zu Fuß ist, aber mit ihrem lebendigen Jo-Yo kann die Straßenkünstlerin einiges an Geschwindigkeit aufbauen. Schlagen, Schwingen, Springen und Reiten, das sind alles Sachen, die das Jo-Yo ihr ermöglichen. Gekoppelt mit der intuitiven Physik des Spiels lassen sich die gegebenen Fähigkeiten miteinander kombinieren, um richtig Geschwindigkeit aufzubauen. Der Begriff Momentum-Based Platforming, also Platforming, das auf Schwung basiert, wird hier ausgereizt. Das Level-Design ist sowohl auf gemächliches Durchstreifen als auch auf fetziges Fortbewegen ausgelegt und erlaubt dem Spieler Kreativität beim Beenden der linearen Level. Gerade beim ersten Durchspielen eines Levels macht man sich mental bereits Gedanken, wie man den Level so schnell wie möglich durchfliegen kann. Das erste Durchstreifen sollte aber meist recht gediegen von Hand gehen, da alle Level auch mehrere Sammelgegenstände und Nebenmissionen haben. Die Collectibles sind immer etwas abseits des Hauptpfades versteckt und verlangen etwas Grips und einen guten Umgang mit den Mechaniken des Spiels ab. Die Missionen, bei denen man den Bewohnern der verschiedenen Gebiete hilft, sind unterschiedlich aufgebaut. Mal muss man bestimmte Gegenstände sammeln, ein anderes Mal eine bestimmte Kombo vorzeigen. Die Missionen sind aber nie wirklich schwer oder aufdringlich und integrieren sich eigentlich nachlos in den Flow des Spiels. Und Flow ist wohl das Wort, das Penny's Big Breakaway am besten beschreibt. Sobald man sich die Steuerung und das Leveldesign einverleibt hat, geht dieses in Leib und Seele über. Hier ein liegt aber auch das einzige kleine Problem mit dem Gameplay. Die Steuerung ist anfangs etwas eigen. Man bewegt das Yo-Yo nämlich entweder mit einer Taste, was nur in eine Blickrichtung funktioniert, oder durch den rechten Stick, was dem Spieler einiges mehr an Freiheit bietet, aber auch mehr Präzision und schnellere Bewegung des rechten Sticks abverlangt. Gut, dass die Kamera quasi fixiert ist und sich immer mit dem Levelverlauf bewegt. Schlecht ist, dass Backtracking hierdurch leider fast unmöglich gemacht wird. Hat man also ein Collectible übersehen, bleibt nur die Option, das Level neu zu starten. Hat man die Steuerung aber verinnerlicht, kommt fast kein anderes Spiel an die Offenheit der Bewegung ran. Man fühlt sich wirklich frei. Ich meine, schaut euch einfach mal an, wie das bei mir am Anfang aussah und dann nur ein paar Level später. Das Gameplay ist auch definitiv der Aspekt, der Pennys Big Breakaway ausmacht. Wie bei Plattformen üblich, liegt recht wenig Fokus auf der Handlung des Spiels. Dementsprechend gibt es von uns hier auch nicht allzu viel zu sagen. Penny findet ein magisches Yo-Yo auf ihrem Weg zu einer Audition als Entertainer des Herrschers von Macaroon. Eigentlich läuft alles ganz gut, bis aber das magische Yo-Yo schnurstracks die Kleidung des Herrschers auffrisst. Nun muss Penny dem langen Arm des Gesetzes und einer Armee an Pinguin-Soldaten entkommen. Auf ihrer Flucht und dem Weg, ihren Eintrag im Strafregister nichtig zu machen, trifft sie auf allerlei farbenfrohe Charaktere, die aus einem oder anderen Grund Beef mit ihr haben. Dialoge sind jetzt nicht unbedingt der Knaller und die Story fühlt sich auch nur an, als wäre sie Mittel zum Zweck, also sollte man hier kein Epos seinesgleichen erwarten. Grafisch ist Penny's Big Breakaway ganz hübsch und erinnert uns ein wenig an eine Spielzeugkiste. Alle Charaktere haben einen gewissen Plastik-Look und auch die Welten fühlen sich etwas zusammengewürfelt an, was nicht unbedingt was Schlechtes ist und als Ganzes hat das Spiel definitiv einen Stil, der unverkennbar ist. Charakter-Designs sind allesamt kreativ, Umgebungen strotzen vor Charakter und Farben und auch Hintergründe passen sich gut ins Gesamtbild ein. Ein bisschen sehr laut kann das Visuelle ab und an schon werden, aber das hat uns jetzt nicht wirklich gestört. Das Spiel sieht aus, als hätte jemand frühe Pixel-Plattformer in die dritte Dimension gebracht und ordentlich mit einem Mikrofasertuch poliert. Aus Interviews mit den Entwicklern geht auch hervor, dass sich bezüglich des Stils an Sega-Saturn-Spielen orientiert wurde. Eine gewisse Ähnlichkeit zum Artstyle von Nights into Dreams lässt sich beispielsweise erkennen. Alles in allem also sehr bunt, vielleicht ab und an etwas überladen, aber schon abgerundet und definitiv einen nostalgischen Nerv getroffen. Was den Sound angeht, spielt eine deutlich positivere Melodie. Der Soundtrack ist durch und durch fantastisch und auch Soundeffekte haben den gewünschten Cartoon-Charme. Die Soundkulisse von Penny's Big Breakaway lässt sich wirklich gut mit alten Cartoons vergleichen, wenn diese einen fetzigen und sehr flächendeckenden Soundtrack hätten. Das Spiel vereint in sich dank der Komponisten T. Lopes, der auch schon für den Soundtrack von Sonic Mania verantwortlich war, und Sean Bialo wirklich viele Genre, die trotzdem durch cleveres Songwriting und eine in sich geschlossene Instrumentation ein wirklich abgerundetes und außerordentliches Ohrerlebnis liefern. Ein gewisses Boap zieht sich durch den gesamten Soundtrack und es ist wirklich interessant zu hören, wie dieser eine Sound so anpassungsfähig eingesetzt wurde. Das Spiel bedient sich jibberisch für die Charaktere, wie man es auch schon aus Spielen wie Banjo-Kazooie kennt, also quasi... Schlecht ist das nicht, aber wir glauben, das Spiel hätte durch eine sehr überzogene Sprachausgabe profitiert. Und letztlich noch ein Wort zur Technik. Auf dem PC läuft das Spiel echt gut und hat auch nicht wirklich hohe Hardwareanforderungen. Ein, zwei Glitches sind uns zwar begegnet, aber nichts, was nicht durch einen Reset zum letzten Checkpoint behoben werden konnte. Die Version, die wahrscheinlich die meisten spielen dürften, ist die Switch-Version. Diese läuft leider nur mit 30 FPS, was eine wirkliche Schande ist, da das Fast-Paced-Gameplay sich sooo sooo gut anfühlt mit 60 FPS oder sogar noch mehr. Kantenglättung, Tiefenschärfe, USB sind allesamt gut implementiert und passen sich dem Stil des Spiels an. Man kann also unterm Strich nur etwas über die Performance der Switch-Version meckern. Jetzt aber zum Fazit. Wie schon bei unserem letzten Review zu Final Fantasy VII Rebirth, unterlassen wir es, eine definitive Zahl zu vergeben, weil diese nicht wirklich viel Aussagekraft hat. Stattdessen sagen wir euch, für wen sich das Spiel lohnt. Das wären im Fall von Penny's Big Breakaway all diejenigen, die mit Plattformern, mit butterweicher Steuerung, mit Combo-Potential was anfangen können. Gerade Leute, die von Indie-Hüpf-Spielen nicht genug kriegen können, werden hier massig Spaß haben und sich wirklich in die Welt, Musik und definitiv das Gameplay verlieben. Mit wirklich nur wenigen Fehltritten in allen Kategorien haben wir es hier mit einem wirklich einzigartigen und markanten 3D-Action-Plattformer zu tun. Wer aber noch nie wirklich mit Spielen wie Super Mario oder Sonic zum Beispiel warm geworden ist, dürfte auch hier nicht unbedingt seinen Einstieg finden. Die komplexe und tiefgründige Steuerung ist eher so konzipiert, dass sich Veteranen des Genres richtig ausleben können. Natürlich ist auch für jüngere Spieler einiges geboten und abschrecken sollte die Steuerung nun auch nicht, aber man muss sich definitiv reinfinden. So, jetzt aber genug gefaselt. Was haltet ihr von Penny's Big Breakaway? Sieht das nach einem Spiel aus, das euch gefallen könnte oder sagt ihr, dass Plattformer und gerade die, die auf das Meistern der Steuerung und des Leveldesigns ausgelegt sind, euch nicht so lieben? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen. Ich verabschiede mich jetzt erstmal, denn ich muss noch die 100% sammeln. Also, bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuschauen. Bis dann und ciao.